Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Wir reden hier in diesen Videos auf diesem Kanal ja sehr, sehr oft über die Endzeit. Und mit der Endzeit meine ich in dem Fall, und ich bin ja nicht die Einzige, es kommt ja nicht von mir, es kommt ja vom Schöpfer, es kommt ja von Gott. Mit der Endzeit meinen wir etwas Positives. Das ist die Zeit, in der sich alles ändern wird, in der wir in eine neue Dimension gehen, in der wir mehr verbunden sind mit unseren Seelen, in der wir auch mehr verbunden sind dadurch mit der Liebe, mit der Positivität, mit dem, was wir wirklich sind, uns umeinander kümmern. Aber in dieser Endzeit wird es alles nochmal richtig chaotisch. Und das sehen wir, wir sehen das derzeit. Richtig chaotisch, was die Erde anbetrifft. Die Erde reagiert. Nein, nicht reagiert, sie agiert. Die Erde macht eine ganze Menge Dinge, wir sehen das, Vulkanausbrüche, einige Naturereignisse, wo wir sagen, wo kommt das denn jetzt her? Die Erde agiert. Die Erde macht und tut das, was sie tun muss. Genauso und nicht anders. Und wir sehen aber auch, dass eine ganze Menge Dinge, die uns erzählt werden, dass es keinen Sinn mehr macht. Ich bin ja schon ein bisschen älter, was betrifft diese kurze Zeit, die wir hier auf dieser Erde haben. Als ich Kind war, ich kann mich noch gut daran erinnern, gab es Lehrer in den Niederlanden, in der niederländischen Grundschule, das habe ich als Kind gelernt, da gab es Lehrer, die gesagt haben, ja, wir gehen jetzt langsam in eine neue Eiszeit hinein. Die Wissenschaft hat das rausgefunden, wir gehen in eine neue Eiszeit hinein. Wir hatten schon mal eine Eiszeit hier bei uns in der Region, Aachen, Maastricht, Lüttich. Da gab es schon mal, es gab eine Eiszeit. Es gab auch mal hier tropisches Klima mit riesigen Mosasauriern, ja, mit riesigen Sauriern, die in den Meeren dort lebten. Das war vor vielen, vielen Milliarden Jahren. Und wir hatten auch eine Eiszeit und wir gehen wieder in eine solche Zeit hinein. Und dann gab es das Ozonloch. Und dann gab es plötzlich etwas vollkommen anderes, nämlich die Erde wärmt sich langsam auf. Was denn nun? Was denn nun? Ich weiß es auch nicht. Sie wissen es nicht. Und offensichtlich wissen es die Wissenschaftler auch nicht. Es ist konfus, es ist ein Chaos. Es werden uns auch plötzlich Dinge erzählt, die für uns immer als Mensch logisch waren. Und plötzlich sollen die alle nicht mehr stimmen. Soll das alles nicht mehr logisch sein. Sollen auch, so ist es geplant, in Zukunft womöglich auch Männer Kinder kriegen können. Vielleicht wird das auch passieren. Die Endzeit ist ja lang. Das sind ja nicht zehn Jahre oder hundert Jahre. Das können auch durchaus mal locker tausend Jahre sein. Denn im Universum gibt es keine Zeit. Und wenn wir über Endzeit reden, dann reden wir über diese Phase. Über diese Phase. Wir müssen ja immer alles ausdrücken mit Worte. Zeit, Raum. Das brauchen wir. Das hier ist eine Zeit, in der ganz viel konfus ist. In der wir mit ganz vielen Dingen konfrontiert werden, die keinen Sinn mehr machen. Und ganz viele Menschen fragen sich auch und sagen, ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr, was das soll. Ich weiß nicht mehr, was richtig ist. Ich weiß auch nicht mehr, wer ich bin. Was ist das? Unsicherheit. Wenn ich ganz viel Unsicherheit kombiniere mit einer Situation, in der ich nicht mehr so viel Kontakt habe mit Menschen. Wir haben immer weniger Kontakt mit Menschen. Auch junge Menschen haben immer weniger Kontakt mit anderen jungen Menschen. Ja klar, Kontakt mithilfe eines Gerätes. Mithilfe verschiedener Geräte. Junge Menschen suchen andere junge Menschen. Aber immer weniger Kontakt, leiblicher Kontakt. Freunde besuchen. Klar gibt es auch noch, das wollen vor allen Dingen junge Leute, aber die Kontakte werden weniger. Ältere Menschen haben immer mehr Angst, abends das Haus zu verlassen. Ich habe mich dieser Woche nochmal mit einer älteren Dame unterhalten und sie sagt, so schnell wie es dunkel wird, so schnell verlasse ich das Haus nicht mehr. Ich schließe alles ab, ich lasse auch niemanden mehr rein. Ich habe einfach ganz große Befürchtungen, dass sonst etwas passieren könnte. Ja, Einsamkeit gehört auch mit dazu. Wenn ich mich also immer weniger mit anderen Menschen treffen kann, kontaktiere, dann kontaktieren kann, dann entsteht noch mehr Chaos, noch mehr Unsicherheit und auch noch mehr Angst. Und einsame, ängstliche Menschen kann ich gut beeinflussen. Es ist absolut wichtig, dass wir uns darüber klar werden, und das ist auch nicht etwas, was ich einfach so jetzt daher sage, dass wir uns wirklich darüber klar werden, dass wir letztendlich eins sind. Dass wir aus der gleichen Quelle kommen. Im Laufe der letzten Jahrhunderte haben viele, viele verschiedene, viele verschiedene Regierungen, Präsidenten, Parteien immer wieder dafür gesorgt, dass Menschen glauben, dass sie mehr sind als andere, stärker sind als andere, dass andere sie bedrohen könnten. Aber in dem Augenblick, wo ich mir darüber klar bin, dass die anderen genauso sind wie ich, aus der gleichen Quelle stammen, in dem Augenblick habe ich gewonnen. Denn in dem Augenblick betrachte ich diesen Mensch als Liebe, mit Liebe, aus der Liebe heraus, aus der Positivität heraus. Was wiederum, da sind wir wieder bei dem Thema, nicht heißt, dass ich alles zulasse. Stärke zeigen, heißt Grenzen aufsetzen, Grenzen setzen. Aber aus der Liebe heraus, nicht aus dem Materiellen heraus. Wir Menschen wollen immer mehr. Und das ist gut so. Wir sollen immer mehr wollen. Wir sind hier, um alles zu bekommen. Und wenn wir alles haben, auch alles zu teilen. Das kennt jeder von uns. Sonst würde niemand von uns zur Arbeit gehen, ja? Wenn ich heute 1000 Euro verdient habe, will ich morgen wieder 1000 Euro verdienen oder mehr. Ich gebe nicht auf. Ich will mehr, 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 mehr materielle Dinge. Das gilt auch für die Liebe. Wenn ich meine Prioritäten verändere, verlagere in Richtung Liebe. Ich will mehr, ich will immer mehr. So sind wir Menschen. So hat Gott uns gemacht. So hat der Schöpfer uns gemacht. Wenn wir uns dabei dann bewusst sind, dass wir alle, 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 alle eins sind. Und dass wir hier sind, um zu lernen. Und dass wir uns auch nicht verirren lassen. Klar, gehört mit zu diesem Spiel. Gehört mit zu diesem Schauspiel. Dass man uns versucht einzureden, dass alles nicht mehr ist so wie früher. Nein, natürlich ist nichts mehr wie früher. Und auch nicht so wie später. Alles verändert sich die ganze Zeit. Aber es gibt zur Zeit Informationen, die nicht mehr zusammenpassen. Die Menschen verwirren. Verwirrung heißt Unsicherheit. Und Unsicherheit heißt Angst. Und Angst heißt, dass irgendjemand da womöglich seinen Vorteil daraus machen kann. Seid vorsichtig. Was heißt, seid vorsichtig? Seid stark. Bleibt stark. Bleibt in eurer eigenen Energie. Bleibt in eurem eigenen Wissen. Ganz wichtig. Gerade jetzt auch, wo wir uns nochmal eine Richtung schneller entwickeln. In Richtung Energie. Ja, weil alles ist ja Energie. Aber auch künstliche Intelligenz, was sich gerade unglaublich entwickelt. Es ist wahnsinnig wichtig, da genau hinzuschauen. Und auch genau zu wissen, dass es das gibt. Und dass sie auch wirklich Teil dieser Welt ist. Wir bewegen uns gerade unendlich schnell in diese neue Zeit. Unendlich schnell. Es gibt nichts, was nicht möglich ist. Das ist immer die Ausgangsbasis. Es gibt nichts, was nicht möglich ist. Und gleichzeitig bedeutet das auch, dass ich ganz genau hinschaue und alles hinterfrage. Alles hinterfragen sollte. Denn es gibt nichts, was nicht möglich ist. Das ist auch Teil dieser Welt. Das ist Teil von uns. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tag. Vielen Dank.